Papua, wo küsst du? Quatsch, Quatsch! Das ist ja ein Penner-Eppel. Ich nehme eine Aufschluss und klopper der Rigor. Wenn wir lieber noch einmal auf ground-Auth근 abpacken, wie eine Aufschlusssäße abwectionsen oder in der Natur. Willkommen, ich bin der Holger und mit Leib und Seele Bergbahner, hier an der ältesten Bergschwebebahn der Welt. Das ist unsere alte Dame und ich freue mich jeden Tag darauf, mit ihr zu fahren. Heute möchte ich sie mitnehmen, nicht nur auf den Weg nach oben, sondern auch auf eine kleine Reise durch die Geschichte unserer Schwebebahn. Am 6. Mai 1901, nach nur zwei Jahren Bauzeit, wurde unsere Bahn der beiden Händenwagen feierlich eröffnet. Wenn wir genau sind, sollte sie eigentlich Hängebahn heißen. Aber der Erfinder Eugen Langen taufte sie Schwebebahn, was vielleicht das Gefühl auch gut beschreibt, welches man hat, wenn man mit ihr den Berg erklimmt. Seit 1975 steht unsere Bahn nun auch unter Denkmalschutz und der Erhalt sowie die Pflege dieses technischen Denkmals sind uns als Bergbahner sehr wichtig. Die beiden Wagen der Schwebebahn sind durch ein 38 mm starkes und 390 Meter langes Zugseil miteinander verbunden. Durch eine Fördermaschine mit Antriebsmotor werden sie zwischen den Stationen hin- und hergezogen. Diese Maschine befindet sich in der Bergstation und bildet das Herzstück unserer Bahn. Die beiden Treibräder beeindrucken mich jedes Mal aufs Neue mit ihrer Größe und sage und schreibe 4 Meter Durchmesser. Und jedes von ihnen liegt stattliche 15 Tonnen. Kaum vorzustellen, oder? Ich könnte Ihnen noch so vieles über die Technik und die Veränderungen unserer Bergschieberbahn erzählen, doch die Strecke ist dafür nicht lang genug. Während unserer ca. 5-minütigen Fahrt nach oben wird es kontinuierlich steiler. Kurz bevor wir an der oberen Station ankommen, beträgt der Anstieg fast 40 Prozent. 84 Höhenmeter haben wir dann auf unserem Weg zwischen Loschwitz und Oberloschwitz überwunden und eine Strecke von 274 Metern zurückgelegt. Ich selbst bin diese Strecke schon so oft gefahren, dass ich es nicht mehr zählen kann und dennoch genieße ich jede Fahrt aufs Neue. Vor allem liebe ich den Moment, wo die Bahn die obere Station erreicht, ich auf die Terrasse vor der Station heraustrete und sich vor mir der Blick über das wunderbare Dresden erscheint. Auch wenn ich lieber mit unserer Schwebebahn hoch- und hinabschwebe, muss ich gestehen, dass man sich einen Spaziergang durch Oberloschwitz nicht entgehen lassen sollte. Es haben hier bedeutende Personen wie der Maler Ludwig Richter oder der Komponist Rudolf Mauersberge gelebt. Und es gibt romantische Sommerresidenzen und prächtige alte Villen zu bestaunen. Der passende Flyer, den Sie an der Bergstation erhalten, zeigt Ihnen einen schönen Rundweg. Wenn Sie ausreichend Zeit mitgebracht haben, können Sie Ihren Spaziergang auch bis zur Bergstation unserer Standseilbahn im Stadtteil Weißer Hirsch ausdehnen. Sie finden die Route auf der Karte am oberen Balkon. Die Standseilbahn bringt Sie dann zuverlässig wieder ins Tal zum Körnerplatz. Eine Fahrt mit mir lobt sich in jedem Fall. Und so verabschiede ich mich von Ihnen und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen in unserer Schwebebahn. Bitte verweilen Sie nicht auf den Bahnsteigen, denn wir können erst wieder starten, wenn sich keine Personen mehr auf dem Steig befinden und alle Tore geschlossen wurden. Und so verabschieden Sie nicht auf den Weg. Und so verabschieden Sie nicht auf den Weg.